hallo und willkommen bei der steinezeit im heutigen video geht es hier an der burg blaustein weiter und zwar habe ich mittlerweile auch den bergfried hier die erweiterung zur burg version 2 ist es die erste version war nicht lieferbar und da sind dann auch einiges an steinen übrig was ich so an anderen reviews gesehen habe und ich habe noch nichts gesehen mit dem bergfried mit der version 2 deshalb habe ich mich für die variante entschieden ich werde das ganze zusammenbauen im video schritt für schritt und dann zeige ich euch immer wieder mit kleinen zwischenabständen wie sich das ganze hier so entwickelt wie gewohnt geht es drüber an den esstisch die burg ist da bauanleitung ist runtergeladen die sachen sind ausgepackt wir haben hier vier düten 1 2 3 4 verschiedene bauschritte und jetzt geht es erstmal los dass an der burg einige sachen erst mal abgebaut werden müssen da könnte zu bäume kleinteile und verschiedene sachen und auch natürlich am dach ein bisschen was das werde ich jetzt machen und dann melde ich mich wieder die ersten zwölf bauabschnitte waren jetzt hier die burg zerlegen steine wegnehmen dach abbauen die sachen aufheben die werden teilweise auch wieder verbaut immer wieder im laufe der zeit mal schauen wie sich entwickelt hier dieses dach und hier liegen die beiden bäume und jetzt geht es los die erste düte ist offen bei bauabschnitt 13 die ersten 75 baufortschritte sind gedauern das fundament ist jetzt praktisch strand vom bergfried soweit ist das ganze hier schon aufgebaut es hat sich jetzt so ergeben dass ich das obere teil mal weg machen musste dann ist hier die tür dazu gekommen ein paar sachen haben sich am dach geändert das sind jetzt noch die steine die abgebaut wurden die hier noch rum liegen mal schauen wie es dann am ende des baums ausschaut bis jetzt ist das ganze sehr massiv gebaut hier hinten ist das ganze offen der bergfried der turm ich bin gespannt wie das ganze sich weiterentwickelt von der bautechnik her alles super gemacht wie gesagt sehr massiv und sehr fest stabil gebaut also da kann nichts kaputt gehen steinequalität vor bis jetzt auch sehr gut jetzt geht es weiter ich mache den zweiten beutel oder die zweite tüte auf also bleibt dran ich bin jetzt bei bauabschnitt 154 die tüte mit der beschriftung 2 oder 2 der bauabschnitt ist leer und es ist imposant es ist sehr sehr massiv gebaut das ganze sehr stabil gebaut es ist eine richtig gute steine qualität die steine passen zusammen es macht richtig spaß das ganze hier zu bauen außen dran die treppe ist gut teilweise sind hier nur ein zwei drei noppen dran von der befestigung her das hält aber so gut dass es da auch überhaupt keine probleme gibt ich bin richtig begeistert von dem ganzen her die noch mal ein bisschen zurück die burg wird immer größer es ist auch relativ schwierig das ganze hier ohne probleme auf die kamera drauf zu bekommen die details innen drin die schauen wir uns dann am ende noch mal an was hier alles eingebaut wurde sowas wie kaminbett kerker unten drin ist klasse ich mache weiter mit dem dritten bauabschnitt die teile aus der tüte 3 sind jetzt alle verbaut und jetzt ist der bergfried hinten auch geschlossen und oben die zinnen sind jetzt drauf wo der fenster wenn dann das doch noch hinkommt und dieses hintere stück was wir jetzt gebaut haben lässt sich herausnehmen dann kann man auch innen reinschauen und die details anschauen das machen wir dann später noch mal wenn das doch auch fertig ist es geht auch relativ einfach wieder rein und schaut schon mal ganz gut aus jetzt machen wir noch das dach drauf und dann geht es an die details die burg blaustein bergfried version 2 ich bin fertig mit bauen das letzte war jetzt das dachte sich oben drauf gebaut habe in den bauabschnitt 4 und die beiden bäume die haben hier unten noch mal blades bekommen damit man die auch einzeln hinstellen kann es ist klasse ich bin begeistert genial gemacht von den bautechniken her es ist wie schon auch erwähnt mehrmals jetzt dieses ganze sehr stabil aufgebaut mich hat auch begeistert wie gut das ganze doch dann integriert wurde an die grundburg dass das auch so schön funktioniert hat ein paar teile rausnehmen ein paar teile neu reinnehmen und dann den bergfried hinbauen ich drehe das ganze mal rum vorsichtig ich hoffe dass auch da noch alles jetzt beim drehen im bild drin ist ich schaue gleich mal dann können wir noch mal die Kamera korrigieren ja passt soweit ist soweit drin ja auf der seite wie gesagt dann kam hier der treppenaufgang wir haben hier eine tür drin wir haben hier eine tür drin und schaut also auch ganz gut aus das ganze gehe ich noch mal zurück dann schauen wir noch mal innen rein das dach lässt sich abnehmen hier oben ist auch ganz gut gemacht mit diesen vier steinen dachsteinen mit den inverted slopes die da drin sind und das teil haben wir ja auch schon sehen können wir rausnehmen und wir können reinschauen ist also auch sehr stabil und sehr massiv gebaut vom äußeren her geht unten an mit einer breite von vier bricks und geht dann nach oben hin mit einer normalen breite von einem brick wenn man das anschauen ja ich nehme mal jetzt das telefon raus aus dem stativ die kamera und dann schauen wir es uns noch mal aus der nähe an wir haben oben in der burg selbst jetzt dann eine bank und einen tisch drin auf der aussichtsplattform am bergfried hier unten ist dann nochmal schlafraum drin bett ein kamin haben wir dabei ein hocker hier unten ist dann das rad mit einer falltür nach unten in das verlies oder in der schatzkammer vorratskammer was auch immer das sein soll so schaut es momentan oder so schaut das ganze von innen aus wie gesagt ich bin begeistert auch die details sind toll schauen wir uns noch mal die beiden bäume an das sind die füße oder die plates es sind natürlich auch noch ein paar grün zeugsachen da die habe ich jetzt nicht mit drauf gebaut für meine version aber das ist auch noch mit dabei ja ich würde sagen wir stellen das ganze jetzt mal drüben auf die anlage und schauen uns mal an wie es ausschaut in der landschaft so schaut das ganze aus auf der anlage die burg habe ich jetzt einfach nur hingestellt viel mehr werde ich momentan nicht integrieren weil ja die anderen ausbaustufen auch noch mit dazu kommen sollen und dann macht es momentan noch keinen sinn hier mit bergbau anzufangen und das ganze auch hier entsprechend zu integrieren und auch hier von der höhe her ich muss schon relativ weit zurückgehen damit das ganze auch hier gut drauf passt die bäume habe ich neben dran gestellt die passen also von der größe auch sehr gut mit dazu zur anlage und zu den verhältnissen dann habe ich jetzt hier noch mal die emerald lock hier hingestellt um auch noch mal einen kleinen größenvergleich anzuschauen ob denn das ganze jetzt zu den ganzen geschehen hier passen würde von den zügen her und ich denke dass das hier mit der 6 w log doch ganz in ordnung ist es wird nie perfekt sein vom maßstab her ich habe aber auch festgestellt wenn ich eine 8w nehme ich habe hier ja noch die 23 war auch mal eine fähne die sollte eigentlich wollte ich eigentlich umbauen in 6w und wenn ich jetzt hier so eine 8w daneben stelle schiebt das alles nur und ich sehe nicht die beiden rohren und ich schaue mir dann das große teil hier an und ich schaue mir daneben die emerald lock dann sind es schon von den größenverhältnissen welten die da dazwischen liegen und wenn ich dann jetzt wieder die burg anschaue mit 8w loks und 8w anlage würde das ganze nicht mehr so gut zusammenpassen und deshalb bin ich auch bei diesen 6w lokomotiven und zügen geblieben damit es auch halbwegs passt von den platzverhältnissen ja zur burg selber noch mal gibt natürlich eine klare kaufempfehlung wir haben jetzt hier über 7000 teile die burg selber mit um die fünfe und halb tausend und der bergfried waren jetzt ich glaube 16 oder 1700 teile es gibt wirklich eine klare kaufempfehlung für das ganze und ich bin sehr gespannt wie sich das ganze dann weiterentwickelt die vorburg ist momentan ja nicht lieferbar also wird es ein bisschen dauern bis wir weiter machen können ich bin gespannt ja das soll es dann für heute gewesen sein link mache ich euch in die video beschreibung rein zu burg wenn es euch gefällt wenn ihr den link benutzt würde ich mich natürlich freuen habe ich auch eine kleinigkeit mit davon also dann bis zum nächsten mal und dann bis zum nächsten mal